happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mesh arena und zwar wie immer oder was heißt wie immer ich probiere wettbewerb wieder mit meinen letzten sechs stelle zu tun also es werden drei siege die erste runde es ist mal wieder jeder gegen jeden so wie es aussieht aber das ist meine andere area arena los lauf ok der erste ist down es 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR ok erst mal warten und jetzt das war nicht mein kill wollte springen ich kann ja gar nicht springen ach Mensch jawohl ich bin erster nein mein kill michael michael auch mensch welches aber das wer hat mein kill geklaut ok jawoll Nein! Okay ja weil ich bin so gehört es sich genauso jetzt noch mal 200 von dann habe ich mich keine stellen mehr dann habe ich alles fertig heute die zweite runde geht los ich nehme gerne den tank hier weil er hält viel aus er hält viel aus und ja die sau hat mich gekillt so dann kommt jetzt der hier dran d d Cool! Jawohl! Nachlan! Ich glaube, mit dem werde ich es nicht schaffen. Nicht so viel zumindest. Entschuldigung, wenn es hier wieder ist. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. 3, 2, 1 2 Benzen Deiner Beste 21 Kills, heftig Das ist wirklich heftig Na gut Dann sage ich mal Schauen wir uns mal das Ganze noch an Ich kann sie aufleveln Aber ich brauche diese A-Coins Und an diese A-Coins zu kommen ist es wirklich schwer Außer an Geld bezahlt Dann ist es leicht Aber ich bezahle kein Geld Das ist weiter Gut Dann bis gleich Los geht's Die Runde Nummer 3 fängt an Und Ich fange mal wieder mit meinem Tank an So wie immer Oh, ich habe den ersten Kill gemacht Lol Es läuft Da unten Bleibt stehen Ach, Menno So gemein Das ist so gemein Das ist so gemein Das ist so gemein Das ist so gemein Ja Schreiter Kill Das gibt's doch nicht Das gibt es doch nicht Jetzt so Okay Okay Hilfe Nachladen Nachladen Oh Warum Warum ist er fast tot Nein Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Immer so ein kleines Stück Dann wäre tot Aber nein Okay Jetzt Bam Down 1 Erstmal nachladen Da unten scheint einer drin zu sein Warte doch noch Ich habe ihn noch gekriegt Auf der letzten Sekunde Boah Ist ja nice Letzte Sekunde Nummer 1 geworden Also es war Knapper geht's gar nicht Mit Nummer 1 Wirklich In der Alleinheit Ihr habt ihr gesehen Zählt runter Puff Tapu Oh dann Nice Knapper geht's nicht Wirklich Boah Herzrasen Gut Schauen wir uns mal die Belohnung hin an 81 Jawohl Ich glaube zwei Stück habe ich jetzt so übrig Weil ich einen gerade einmal verloren Ne ich habe auch gewonnen Stimmt Das waren die letzten glaube ich dann Super Gut Dann sage ich mal Dankeschön für das Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr aber nächstes Jahr dabei seid Bis dann mit euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao Ciao Bis dann schauen wir mal Chris Boah Bis dann Rosse Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann any Ich悟 running Clan aggression Weil es l还是 Kommst fps mö